Kaufen Sie diesen Fernseher. Dieser Fernseher ist so klein, der passt in jede Hosentasche. Kinoqualität in der Hosentasche? Klein? Und die Lupe kann ich mir leider nur mitkaufen oder was? Wer hat denn Sie gefragt? Ich habe doch gar nicht die 0 gewählt, oder? So Leute wie Sie, die sitzen wahrscheinlich noch vor einem Riesenbildschirm. Meine Damen und Herren, wenn der unsere Toni jetzt hält, dann sind wir im Finale. Der Assistent gibt ihm einen Spickzettel, sehe ich gerade. Verdammt, wieder dieser Spickzettel. Entklappt das etwa ein zweites Mal? Gehalten! Gehalten! Ich hab dich so vermisst. Ich dachte, du packst mich einfach früher aus. Bärchen? Hat Herzblut schon angefangen? Seit wann guckst du eigentlich jetzt? Komm, zeig mir dein Schlafzimmer und leg diese Fernbedienung weg. Hat dich schon wieder einer gemacht, hm? Du kriegst auch jeden rum, du altes Miststück! Miststück? 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 Pier Bin